London, die Hauptstadt von England, ist eine pulsierende Stadt zwischen britischer Tradition und Moderne. Farbenfroh, faszinierend und pulsierend zugleich. Die traumhaften Aussichten genießen, historische Sehenswürdigkeiten entdecken durch einige der schönsten Parks in Europa planieren, auf der Oxford Street sich dem Shoppingparadies hingeben oder die lebendigen britischen Traditionen aufspüren. In London gibt es einfach immer etwas Neues zu entdecken. Heute habe ich für euch einige der beliebtesten Sehenswürdigkeiten in London zum Sehen und Erleben zusammengestellt. Besuchen wir jetzt 10 der beliebtesten und interessantesten Sehenswürdigkeiten in der Metropole London. Die wohl mit Abstand berühmteste Klappbrücke der Welt steht in London. Die Tower Bridge führt über die Thamesse. Den Namen hat die bekannte Brücke tatsächlich durch den gleich daneben liegenden Tower of London. Auch wenn täglich etwa 40.000 Autos über die Brücke fahren und abertausende Fußgänger hier entlang spazieren, hat der Schiffsverkehr immer Vorrang. So werden die Ampeln rot und die Brücke hebt sich spektakulär, um größere Schiffe durchzulassen. Fußgänger und Autofahrer warten so lange, bis sich die Brückenseiten wieder verbunden haben. Mein Tipp, unbedingt das Brückenmuseum und das alte Maschinenhaus besuchen. Der Eingang zur Tower Bridge Exhibition befindet sich im Nordwestturm. Hier oben kann auch der obere Fußgängerübergang, der auf der einen Seite einen Glasboden hat, besucht werden. Ein wunderschöner Ausblick auf die Thamesse und den Tower of London ist dann gleich mit dabei. Das Wahrzeichen von London ist der Big Ben. Die 13,5 Tonnen schwere Glocke hängt hoch oben im Glockenturm des Palace of Westminster. Der Palast wird auch House of Parliament genannt, da heute das britische Parlament dort ihre Tagungen hat. Die meisten Besucher kommen aber wegen dem Elizabeth Tower, wie der Glockenturm auch genannt wird, und natürlich wegen der bekanntesten Glocke der Welt, dem Big Ben. Übrigens ist heute die dort hängende 13,5 Tonnen schwere Glocke die zweite, denn die erste wog unglaubliche 17 Tonnen, die allerdings bereits bei der Generalprobe einen 2 Meter langen Riss bekam und dann mit der etwas leichteren Turmglocke ausgetauscht wurde. Big Ben schlägt zu jeder vollen Stunde und viele Besucher warten um den Palace of Westminster auf diesen Moment, denn die Melodie ist weltberühmt. Sie stammt aus der Arie aus dem Messia von Georg Friedrich Händel. Übrigens kümmern sich mehrere Keeper of the Great Clock um die Turmohrnglocke im Elizabeth Tower. In direkter Nachbarschaft zum House of Parliament und Big Ben gelegen ist die Westminster Abbey, die legendäre Kirche der britischen Könige. Hier werden die Könige und Königinnen gekrönt und bestattet. Die Westminster Abbey hat alle Kommen und Gehen gesehen. Natürlich werden hier auch die königlichen Hochzeiten durch den obersten Geistlichen, den Dekan von Westminster, durchgeführt. Übrigens wird der Dekan selber von der britischen Krone ins Amt berufen. Der Bau des Westminster Abbey begann unter Heinrich III. im Jahr 1245. Der anglo-französische, frühgotische Stil wird im Inneren mit den drei Epochen der englischen Gotik verbunden. Early English, Decorated und Perpendicular. Übrigens nimmt traditionell der Erzbischof von Canterbury die Kröning vor. Im Westminster Abbey Museum im unteren Bereich der Kirche können die begrebten Städten Nachbildungen der Kronjubeln und allerlei historische Gemälde und Gegenstände besichtigt werden. Der Buckingham Palace ist die Residenz von Königin Elisabeth und der davor lebenden britischen Könige und Königinnen. Auch die Staatsempfänge der Queen werden hier abgehalten. Königin Victoria sorgte einst dafür, dass der Buckingham Palace die offizielle Residenz für die britischen Könige und Königinnen wurde. Sichtbar ist das bis heute, da vor dem Buckingham Palace die teilweise aus Marmor gebaute und sehr beeindruckende Victoria Memorial steht. Ein beeindruckendes Denkmal. Unbedingt ansehen sollte man sich die Wachablösung, Changing of the Guards. Der tägliche Marsch der königlichen Infanterie vom James Place zum Buckingham Palace ist einen Besuch wert. Direkt neben der Tower-Britt gelegen ist der Tower of London. Über die Jahrhunderte diente der Tower vielen Zwecken. So war er einst königlicher Palast, berüchtigtes Gefängnis ohne Wiederkehr, Waffenkammer und sogar die Münzprägung fand hier statt. Heute besuchen viele Touristen den Tower of London vor allem wegen der britischen Kronjuwelen, die hier besichtigt werden können. Auf einem sich automatisch weiter bewegenden Band bekommt der Besucher die Kronjuwelen, historische Kronen der britischen Könige und eine beeindruckende Waffen- und Rüstungssammlung kurz zu sehen. Vielleicht sind es aber auch die sagenumwobenen seit dem 16. Jahrhundert hier lebenden Raben mit den gestützten Flügeln, die den Tower of London zum Besuchermagnet werden lassen. Denn die Legende besagt, dass das Königreich fallen wird, wenn die Raben des Towers die Festung verlassen. Hoffen wir, dass das nie passiert. Was für New York der Times Square ist, das ist für London der Piccadilly Circus. Hier befindet sich die berühmteste Reklametafel in England. An der nördlichen Ecke des Piccadilly Circus findet sich die zugegeben sehr große Leuchtwerbetafel an einem Eckhaus. Leuchtende Buchstaben, schnelle Werbevideos und blinkende Neonlechter prägen den Platz. Aber auch sonst pulsiert hier das Leben. Der Piccadilly Circus verbindet die luxuriöse Regent Street mit der Piccadilly Shoppingstraße. Der heute Erosbrunnen, genannte Shaftesbury Gedenkbrunnen, wurde 1893 erbaut und ist eine weitere Sehenswürdigkeit hier. Das eigentliche Zentrum von London ist aber der Trafalgar Square, ein Mastsee für jeden London-Besucher. Imposant ragt die 55 Meter hohe Nelson-Säule in der Mitte des Platzes hervor. Hoch oben thront der britische Held Lord Nelson, würdevoll blickend auf den belebten historischen Platz. Lord Nelson war einer der entscheidenden Kriegshelden beim Sieg der Engländer über die Franzosen in der Seeschlacht von Trafalgar am 21. Oktober 1805. Übrigens halten hier natürlich auch Londons bekannte rote Doppeldeckerbusse. Das viertgrößte Riesenrad der Welt ist das beeindruckende London Eye. Direkt am Ufer der Thamse kann der Besucher bis auf 135 Meter Höhe die wunderschönen Aussichten von oben genießen. Im Zentrum von London schweift der Blick in großen Kapseln über das Zentrum der Weltstadt. Die großartige Aussicht macht das London Eye zu einem Mastsee für London-Touristen. Die 32 fast vollständig verglasten Kabinenkapseln bieten einen fantastischen 360 Grad Rundumblick. Übrigens wurde die Kapsel Nummer 13 weggelassen. Das soll alles Unheil vom London Eye fernhalten. Eine komplette Fahrt dauert ca. 30 Minuten. Genug Zeit um den Blick über die Tower Bridge, das House of Parliament mit dem Big Ben, die Thamse und das Chart schweifen zu lassen. In den 25 Personen fassenden Glaskapseln finden sich Tafeln mit Hinweisen zu den zu sehenden Sehenswürdigkeiten hier oben. Mein Tipp, unbedingt das Ticket vorab kaufen, da die Warteschlangen meist lang sind. In der Videobeschreibung findet ihr Discount-Tickets für das London Eye. Wenn du Großbritanniens Hauptstadt zum ersten Mal einen Besuch abstattest, dann solltest du die höchste Aussichtsplattform in London nicht verpassen. Hier hast du einen spektakulären Blick auf sehr viele Attraktionen in dieser traumhaft schönen Stadt. The Shard ist sagenhafte 310 Meter hoch und damit der Wolkenkratzer mit Londons höchster Aussichtsplattform. The Shard, auf deutsch die Scherbe, bietet dir eine Aussicht auf London der besonderen Art. Die Aussichtsplattform ist in der 68. bis 72. Etage zu finden. Hier hat man auf 244 Meter Höhe an klaren Tagen einen 64 Kilometer weiten 360 Grad Rundumblick auf Großbritanniens Hauptstadt. Bei einem Aufenthalt in London darf ein Besuch in einem der beeindruckenden Museen nicht fehlen. Zu den meistbesuchten gehören die National Gallery am Trafalgar Square, das British Museum, das Victoria and Albert Museum auf der Cromwell Road und das Tate Modern. Ein ehemaliges Kraftwerk, das nun moderne Werke und zeitgenössische Kunst für London-Besucher zugänglich macht. Aber es gibt noch viele weitere interessante Museen in dieser pulsierenden Weltstadt. Nicht umsonst wird London auch Welthauptstadt der Kultur genannt. Wer sich aus Zeitgründen auf ein Museum beschränken muss, dem empfehle ich persönlich das National History Museum. Neben den vielen interaktiven Ausstellungen ist der Tyrannosaurus Rex in der großen Halle unglaublich beeindruckend. Auch das Skelett des Blauwals ist ein Besuchermagnet. Übrigens ist der Eintritt bei vielen Museen in London bis auf die Sonderausstellungen tatsächlich kostenlos. Eine Donation, also eine Spende zu hinterlassen, gehört aber hier zum guten Ton. Der Hyde Park ist einer der königlichen Parks in London. Ob Bootfahren auf dem Serpentine Lake, entspannt in der Sonne liegen oder zum Picknick, hier ist es möglich. Der Hyde Park ist eigentlich eine Verbindung von zwei Parkanlagen. Denn der Hyde Park im Osten des West Carriage Drive geht dann im Westen in den Kensington Garden über. Als Besucher merkt man das aber durch die direkte Verbindung nur, wenn man es weiß. Übrigens ist der Park unglaubliche 2,5 Quadratkilometer groß. Bei einem Besuch in London darf natürlich eine Shoppingtour auf der berühmtesten Einkaufsstraße in Europa nicht fehlen. Die zwei Kilometer lange Straße bietet ein Einkaufsparadies mit mehr als 200 Shops, vielen Restaurants und Bars. Natürlich sollten hier auch die bekannten Fisch und Chips probiert werden. Mein Tipp geht in eine der Seitenstraßen, dort finden sich zahlreiche gute Fisch- und Chips-Restaurants. Die Oxford Street liegt zwischen London Stadtviertel und Soho, Mayfair und Merrily Bone. Auch die London typischen roten Doppeldeckerbusse fahren hier unentwegt. Unbedingt einmal mitfahren. Und das waren sie, meine Top 10 Sehenswürdigkeiten plus eine Bonus-Sehenswürdigkeit in London. Natürlich ist das nur ein kleiner Auszug der meistbesuchten Orte und Plätze in London. Hier gibt es noch viel mehr zu sehen. Mit der National Gallery, der Warner Bros. Studio Tour London, The Making of Harry Potter, der St. Pauls Kathedrale, dem Regions Park und vielen weiteren Sehenswürdigkeiten bietet die Weltstadt London viel Geschichte, Kultur und Abwechslung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und wenn ihr meinen Kanal abonniert. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald, euer Alex.